Ja, guten Tag. Aus der Reihe Tipps und Tricks bei der Photovoltaikplanung mit Google SketchUp zeige ich Ihnen jetzt mal auf die Schnelle, wie man an einem Dach einen Dachüberstand zeichnen kann. Wie immer muss die Susanne hier zunächst gelöscht werden. Dann zeichnen wir mal ein Gebäude mit den Grundrissmaßen 10 Meter auf 5 Meter. Das mache ich so in dem ich einfach das Rechteckwerkzeug benutze, lasse die Maus hier liegen und tippe über die Tastatur 10 Meter, Semikolon, 5 Meter ein. Zack, jetzt haben wir den Grundriss. Dann wähle ich das Drücken-Ziehen-Werkzeug, tippe ganz kurz noch auf die Fläche, also nicht mit gedrückter Maustaste irgendwo rumziehen, sondern einfach nur mal kurz draufklicken. Dann hängt die Fläche an der Maus dran und ohne dass man jetzt die Taste gedrückt hält, kann man die hier hoch und runter schieben, wie man will. Es wird im Grunde genommen jetzt einfach nur die Richtung vorgegeben und ich gebe 3 Meter über die Tastatur ein. Dann habe ich eine exakte Höhe von 3 Metern. Dann machen wir dem Haus noch einen schönen Giebel. Ich suche hier den Mittelpunkt auf der Linie, den gegenüberliebenden Mittelpunkt ebenso. Dann wähle ich das Zeigerwerkzeug aus und markiere hier diese Mittellinie, die gerade gezeichnet wurde, um dann mit dem Move-Tool, mit dem Bewegungswerkzeug, das Ganze hier so hoch zu ziehen. Man sollte das entlang der blauen Linie machen, dann wird es auch schön symmetrisch, das Gebäude. Wenn das nicht so gut gelingt, kann man auf die Pfeil nach oben Taste drücken. Dann wird das Ganze hier eingerastet und man kann eigentlich gar nicht mehr anders. Wir sagen jetzt mal, die Giebelhöhe sei 2,5 Meter. Auch das kann man hier schön über die Tastatur eingeben. Und jetzt zum eigentlichen Thema, der Dachüberstand. Ich markiere die beiden Ortgang-Kanten hier vorne. Ich wähle das Werkzeug Offset aus, setze mich hier auf die Kante drauf und sehen Sie, so bekommt man hier so ein Offset zu dieser Kante. Das machen wir mal 10 cm. Auch das wieder über die Tastatur eingegeben. Und jetzt muss ich mich ein kleines bisschen ranzzoomen. Das mache ich mit dem Rad hier auf meiner Maus an diesem Punkt und schließe das hier. Escape-Taste, um hier wieder loszukommen von dem Eck. Und dann wieder hier rüber auf die andere Seite. Die Fläche schließt sich, das heißt, alles liegt auf eigener Ebene und ist wunderbar und kann jetzt auch mit dem Drücken und Ziehen Werkzeug wieder bearbeitet werden. Ich gehe hier ein bisschen näher ran, damit ich die Fläche auch richtig erwische. Ich tippe kurz drauf, klick und erst jetzt ziehe ich die Maus. Also das sollte man sich grundsätzlich so angewöhnen, das so zu tun mit Google SketchUp. Nicht mit gedrückter Maustaste in der Gegend rumziehen. Das geht so viel einfacher, indem man einfach kurz anwählt, was will man ziehen. Und dann muss man nur noch die Maus in die richtige Richtung bewegen. Wie weit man jetzt sie gerne bewegen will, das kann man wieder über die Tastatur eingeben. 50 cm und schon habe ich einen Dachüberstand von 50 cm. Sieht jetzt noch ein bisschen einseitig aus, die ganze Veranstaltung hier. Deshalb machen wir das hier drüben auf der anderen Seite auch noch. Ich nehme zunächst hier diese Fläche in die Hand und ziehe sie erstmal zum anderen Dachrand rüber, indem ich mir hier vorne die Kante fange, diesen Endpunkt oder hier einen Punkt auf der Kante. Klick, wähle die gleiche Fläche nochmal aus mit einem kurzen Mausklick, gebe die Richtung vor und tippe über die Tastatur wieder die 50 cm ein. Das heißt also, hier haben wir jetzt schon mal einen Dachüberstand von jeweils 50 cm und das gleiche machen wir hier vorne auch noch. Anklicken, ziehen, über die Tastatur 50 cm eingeben, in der Taste drücken. Schon ist es passiert. Was man übrigens auch machen kann, fällt mir gerade ein, wenn man vorher 50 cm gezogen hat mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug, kann ich beim nächsten Mal einfach einen Doppelklick machen. Dann macht er automatisch wieder 50 cm. Und damit ist das auch schon fertig. Und Sie sehen, man kann hier auf relativ unkomplizierende Weise schnell sich so einen Dachüberstand machen. Hier hinten gibt es jetzt noch so ein paar Linien, die man eigentlich nicht mehr braucht. Die können Sie, wenn Sie Spaß daran haben, noch weglöschen. Die stören aber jetzt, sagen wir mal, bei der Photovoltaikplanung, wenn man oben das Dach dann mit Modulen belegt, jetzt nicht weiter. Auf der anderen Seite könnten wir das jetzt auch nochmal machen. Das lasse ich jetzt mal und würde sagen, damit lassen wir es mal bewenden.